Hey wow meine Achis, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 5 Video. Heute geht es mal wieder um Highlights, das heißt ich zeige euch verschiedene Clips, die einfach sehr geile Momente im Spiel zeigen. Ich hoffe ihr habt Spaß, vergesst bitte nicht ein Like da zu lassen, am besten ein Kommentar oder sogar gleich ein Abo. Und checkt auch gerne mein Instagram als auch mein Twitch-Account ab, um in Zukunft keinen Livestream oder allgemeine Informationen zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschösch, tschösch. Tschösch. Tschösch, tschösch, tschösch. Oh yeah. No one's messing with me. Tschösch, 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 tschösch. Noch mehr, tschösch. Noch mehr, tschösch. Ich werbe nur rauf, Granate. Okay. Oh. Ich dachte das wäre... Hä? Bin ich blind oder was? Das war doch safe ein Typ. Verdammt. 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 Weg, die Peach. Gehittet. Gehittet. Und tot. Cruisy. Jawohl. Und weg ist er, dicker. Boah. Das vergangene Streak. Verdammt. Oh my god. Gitarre. Same time. Hö. Oh, Dicker. Ach, mein Schöneres. Oh, my God. What's going on here? Oh, no. I didn't hit him. Oh, come on. Granate ist unterwegs. I need a medic. Das sind die verdammten Sanitäter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wtf? Wtf? Was ist mit meinem Aim-Walk heute? Ich kann ja nur Hüftfeuer schießen. Okay. Nice one. Jungs. Wo ist dieses Scheißding? Okay, es ist kaputt. Ich bin für dich da. Okay. 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 hallo So. Hui. Hui, hui, hui. Tch. Oh la la. Oh nein. Bruder. Oh. Gott, jetzt bin ich in richtigen Rage Mode. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020